Hallo, ich heiße Diane Riesch und bin in der Personalabteilung bei Syntagon tätig. Hallo, ich bin David Heske, kaufmännischer Leiter bei Syntagon in Kreisheim. Seit ein paar Jahren machen wir bei den 24 Weihnachtswunden mit und auch dieses Jahr hat es uns sehr gefreut, wieder Teil dieser wunderbaren Aktion sein zu dürfen. Durch die Weihnachtswunder möchten wir Organisationen in der Region unterstützen und den Menschen etwas zurückgeben. Denn Weihnachten ist das Fest der Familie, das Fest der Freude, das Fest des Geborgenseins und der Nächstenliebe. Dieses Jahr unterstützen wir die Gemeinde Weckelweiler. Diese Gemeinde ist als Stiftung seit mehr als 50 Jahren tätig, dafür Menschen mit Assistenzbedarf einen sicheren und selbstbestimmten Arbeitsplatz bieten zu können. Wir freuen uns sehr, dass so viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Syntagon sich so engagiert haben, so viele Geschenke gesammelt haben, sodass wir die Gemeinde Weckelweiler tatkräftig unterstützen können. Wir wünschen allen frohe, besinnliche und erholsame Weihnachtstage und einen guten sowie gesunden Rutsch ins neue Jahr. Wir wünschen allen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.